hallo ihr habt es gesehen mb es gibt es einkaufswagen chip von mir gut die erste version war probedrucke um zu sehen wie das material ist wie das logo aussieht wie die beschaffenheit allgemein ist das blau ist natürlich wundervoll blau ist auch meine lieblingsfarbe wie gesagt das sind probeläufe gewesen wir werden noch kleinigkeiten dran ändern oder dran basteln und da nehme ich dir auch in meinen shop mit auf also wie gesagt seid gespannt schaut euch das video an und ja viel spaß damit ja 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 ja